Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Immer mehr Konsumentinnen kaufen ihre Kosmetikartikel bei GOP. Und das mit guten Gründen. GOP ist besser wegen dem umfassenden Sortiment an Weltmarken und der vielen Neuheiten für Gesichtspflege, Kolorationen und Dekorativkosmetik. Besonders gut beurteilen kann das unser Studiogast. Sie hat die Schönheit zu ihrem Beruf gemacht. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Melanie Wieniger. Melanie, was für Neuheiten erwartet uns zum Beispiel von L'Oreal? Also ich kann sagen, für die Frauen zwischen 20 und 30 ist die Feuchtigkeitspflege ein sehr wichtiger Faktor. Und da gibt es zum Beispiel die Plenitude Hydra Fresh, die von L'Oreal ist, sehr gut. Das ultrafrische Creme-Gel gibt es in zwei Versionen für normale und Mischhaut und für trockene und empfindliche Haut. Schönheit ist keine Frage vom Alter. Die reife Haut hat aber spezielle Bedürfnisse, weil sie trockener wird und an Elastizität verliert. Die Plenitude Age Perfect von L'Oreal Paris, das ist eigentlich ein komplettes Schönheitsprogramm einfach für die reifere Haut. Die aufbauende Tagespläte spendet extra Feuchtigkeit und Wohlgefühl. Und hingegen die Nachtcreme wirkt regenerierend, indem sie den Zellstoffwechsel fördern tut. Die Cope ist farbiger, weil die Kolorationen in unserem Schönheitsreion einen weiteren Schwerpunkt bilden. Mit Belle Color von Garnier können Sie die Haarfarbe auffrischen oder ganz verändern. Man kann Reflexen setzen oder die graue Haare abdecken. Das Ergebnis sieht dann natürlich aus, sanft und leuchtend, wie Ihre eigene Naturhaarfarbe. Cope ist schöner. Darum finden Sie bei uns auch das Neuesten aus der Dekorativkosmetik. Melanie? Unter anderem zwei Neuheiten von Jemais, Maybelline New York. Der Express Makeup Stick 3 in 1 glättet wie flüssiges Makeup. Er kaschiert kleine Schönheitsfeller und mattiert wie Puder für einen natürlichen Look. Und das stundenlang. Starre und spröde Wimpern kann man jetzt vergessen. Der Full & Soft Mascara mit Vitamin E sorgt jetzt nämlich für geschmeidige Wimpern und zwar ganz saft. Cope ist aber auch günstiger, weil es verschiedene Neuheiten von DAF jetzt zum Aktionspreis gibt. DAF Refreshing Hydro Shower, frische und Pflege in einem. DAF Ultra Moisturing Shower, muss für spürbar weiche Haut. Und DAF Body Silk, die reichhaltige Creme für seitege Haut, die schnell einzieht. Und damit sind wir schon beim Wettbewerb für unsere Zuschauer im Studio. Wie heisst die neue Feuchtigkeitspflege von Plenitude? Hydro-fresh? Super-fresh? Oder mega-fresh? Die richtige Antwort verraten wir dann gerade nach dem Rezept. Es ist ein Ananas-Sorbet aus Bommards-Ananas, das in Ghana voll ausgereift pflückt und sofort verarbeitet wird. Und darum besonders süss und saftig zu kommen. Grüezi miteinander! Ananas in Würfel schneiden. Hoi Melanie! Solli Armin! Und mit dem Saft von einer halben Zitrone und braunem Zucker ein paar Minuten weich kochen. In einer separaten Pfanne Wasser und Zucker einkochen lassen. Abkühlen lassen und mit wenig braunem Rum vermischen. Jetzt den Sirup zu den Ananas geben. Und fein pürieren. Und das Sorbet im Eisschrank ein paar Stunden gefrieren lassen. Damit es nicht so viel Eiskristall gibt. Am Anfang auch Viertelstunde gut durchrühren. Passionsfrucht halbieren, das Fruchtfleisch rauslösen und ebenfalls mit braunem Zucker aufkochen. Nach dem Abkühlen durch ein Sieb streichen und einen Esslöffel der Kernen zu der Sausen geben. Und kalt stellen. Dann das Sorbet auf Teller verteilen. Restlich Ananas-Fürffalle verteilen, die Sausen geben und mit dem Blätterteiggebäck nach dem Rezept aus der Coop-Zeitung von dieser Woche servieren. Ja, Armin, jetzt sieht es aber wirklich sehr gut aus. Merci. Viel Vergnügen beim Ausprobieren. Danke, Armin. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Wettbewerbs. Die neue Feuchtigkeitspflege von Plenitude heisst Hydrafresh. Melanie, bitte schön. Glück hat heute. Richtig getippt und das Nachtessen im Restaurant Le Clube auf dem Bürgerstock hat gewonnen. Die Frau Birgit Lenk. Gratulieren. Das ist der Gutsche. Ich danke allen ganz herzlich fürs Mitmachen und natürlich ganz besonders Melanie mit dieser Aufmerksamkeit aus unserer Blumenabteilung. Soviel für heute aus dem Coop-Studio. Wo die berühmten Buitoni Fresco-Teigwaren herkommen, zeigen wir ihn am nächsten Mittwoch. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.